AfD-Verbot? Beim morgigen Plenum, das ist, wenn alle Parteien in so einem großen Saal zusammenkommen und sich quasi die Köpfe einschlagen, werden wir zur aktuellen Stunde über die Kürzungspolitik und den sozialen Kahlschlag des Berliner Senats, sprich über den Haushalt reden. Dann haben wir als Priorität ein Konzept zum Hitzeschutz in Berlin vorgelegt, da die CDU-SPD-Koalition nicht aus dem Arsch kommt. Und das Thema AfD-Verbot steht auch auf der Tagesordnung. Beweise für die Verfassungsfeindlichkeit dieser Partei gibt es genügend. Die Prüfung eines Verbotsverfahrens ist daher wichtig. Die AfD gefährdet massiv den Zusammenhalt in Almanya und Berlin durch ihre Hetze gegen Menschen mit Migrationsgeschichte, Hetze gegen die sexuelle Selbstbestimmung und Hetze gegen politische Andersdenkende. Daher ist es im Kampf gegen Rassismus und Faschismus entscheidend, dass wir uns weiterhin auf den Straßen und Betrieben organisieren. Doch wird die Debatte zum AfD-Verbot morgen sehr interessant und ihr könnt es euch live ansehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017